Dieser gebrauchte BMW 116 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem weißen Viertürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei 64.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, Bordcomputer, Wettversperre, Einpackhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 136 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017